06,9, baby Flo ist wieder back und für euch am Start haben wir drei Songs, zwei Interviews, ein Game und hier am Start ist Mike M. Let's go! Ohuuuhhh schöner Klang, aber der Track ist nur ein Übergang catch the vibe if you can ich schreib'n Liebeslied für mein Baby mit vielen Emotionen so deep So deep Aber schau, die will nur drill Keine Love-Songs Die Vergangenheit geht durch den Kopf, ein emotionaler Cocktail Nutze die Gedanken als Motivation und jage das Rap-Game Sogar meine Haters bounceen drauf und drücken ständig auf Replay Der Tod ist sicher, das Leben nicht Schiebe korrupte Filme, Denso Washington Training Day Ohne Herz, no pain Own me alles, Payday Leckere Bars wie Bombay Will oft is fluster, walk of fame Zieh dir bequem die Schuhe an, denn es wird ein langer Weg Werde immer produktiver, ideenreicher Lille League Ta, Babe muss ballen, Air Jordan Back him back Überbring zu Ende, was ich angefangen hab, mit oder ohne Gang Mach es nicht mehr nur auf Spaß Du geh rein in die Charnas Komm, vibe mit mir 069 Vibing Mike Glamma Oh 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 Bounce 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 Oh 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 Okay Yeah Hellwach, kein Schlaf, atemlos, durch die Nacht, betäubte Gefühle, Heißkalt, Hasseln, bis ein neuer Tag erwacht Fall hin, steh auf, komme immer wieder zurück wie ein treckiger Herpes Baller, baller, lasse Floh, shower mit Power, reckless Ganz schnell, Kopf kaputt, get the damage Schon mit 12 gesmoked, mit 21, wurde ich ein Chiller, no savage Rapper reden über Glock im Gepäck, scheiß Trend, werd mich nicht verbiegern Alle haben Knarren, doch keiner drückt ab, wenn dann aber nur bei Großfamilien Ich will für immer leben, doch werd wahrscheinlich früh sterben Mach mich auf die Reise, nur noch Klassiker Hinterlasse meine Kunst, damit ich unvergessen bleibe Mach es nicht mehr, nur auf Spaß Wicke rein in die Jaff Wuuuuh Ha Ta Ta Ha Ha Post Post Oh Ta Mike Ah Ha Um Ta Oh 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 6 Auf'n Weg zum Mars, oh, oh. Zwischenlandung, Charts. Wagwan, Mike M. aus FFM. Catch the vibe if you can, Mixtape out now. Ihr habt's gehört. Schön, dass du da bist, Mike M. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Sehr kranke Performance. Danke. Das waren ja Singles aus deinem neuen Mixtape. Yes. Wie du gerade gesagt hast. Catch the vibe if you can. Du fährst da ja verschiedene Schienen. Mal ruhig, mal so ein bisschen lauter, mal danzige Vibes. Also, meine Musik ist immer abhängig von Tagesform und Spirit. So wie mein Spirit mich leitet. Und ja, ich höre auf meine innere Stimme. Wenn meine innere Stimme sagt, Gibi, Afro, Tanz, Track, mach ich das. Wenn es was anderes will, dann mach ich das auch. Aber ich denk mal, die Zuhörer, Supporter, denen gefällt's. Und deswegen zieh ich das so durch. Also, catchst du die Vibes, also in der Sekunde und machst raus an die Songs. Also, so eigentlich gesagt, mach ich einfach mein Ding. Und die müssen den Vibe catchen. Weißt du, das ist so. Also, je nach Laune dann. Genau, ich sag so. Weißt du, ich hab mir viel Kopf gemacht und jetzt ist mir egal. Ich mach mein Ding, entweder du kannst den Vibe catchen oder nicht. Midnight. Hör, wie mein Geist schreit. Noch ne Nummer mit echten Gefühlen. Bevor ich abhebe, will ich noch nen deepen letzten Tanz als Highlight. Tanz. Der letzte Tanz. Vernebelte Sicht. Seh nun auch dunkle Farben. Auch bei Tageslicht. Ja, die Zeit tickt. Mein Film geht zu Ende. Keine Panik, Babe, folge dem Skript. Ich spüre schon ne kalte Luft. Fülle den Raum mit einem himmlischen Duft. Bitte kein Experiment. Erlöse mich vom Schmerzen mitten im Happy End. Ein Tanz. Der letzte Tanz. Bis zum letzten Atemzug, Liebling. Will ich noch das eine Feeling. Baby, baby, let's dance. Bring the beat back. Do it. Ein Tanz. Yeah, der letzte Tanz. Ah, tuki, tuki. Am. So, dann haben wir ein Spiel für dich. Oh. Spicy, spicy, spicy. Let the nicest roll. You ready? Let's go. Check, 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 check. Oh, die fünf. Dann hast du einmal Hip-Hop, dann greifst du immer hier rein. Hier rein? Genau. Den haben wir. Ah. Wie heißt der nochmal? Warte, da muss doch sein Name irgendwo stehen. Ich muss einfach sagen, unten steht der. Anderson Park, ja. Ich zeig mal hier. Ich bin so schlecht bei sowas. Sorry auf jeden Fall. Alles gut, alles gut. Dein Gesicht kenn ich aber. Nochmal? Ich wollte schon sagen, nee. Okay, weitershaken. Vier. Ey, du bist sehr sanft oder Kokosnuss. Einer der ersten. So, einmal die vier. Die R&B. R&B, okay. Oh, Beyonce! Queen B. Queen B, nice. So. Und noch einmal. Okay. Eine guten Liegen, das sind drei. Drei. Die drei. So, und wieder. Ah, nicht wieder. Und jetzt Paul. Who's dead? Who's dead? Wir wissen es nochmal. Katy Perry! Katy Perry! Okay. So, jetzt musst du entscheiden, wen du Sines, Features und Rosen würdest. Boah. Sine? Beyonce würde ich Sine. Die macht gute Moves. Hat auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, hat Ahnung vom Business. Mit der kann man Kohle machen. Die ist ja auch, glaube ich, irgendwas für Adidas oder hat sie eine Zeit lang was für Adidas gemacht? Die, die macht doch alles. Die ist ja nicht nur in der Musikbranche. Naja, die ist auf jeden Fall gut unterwegs mit Jay-Z, die machen auf jeden Fall viel. Beyonce würde ich auf jeden Fall Sine. Und was war noch? Featuren und Rosen. Featuren. Boah, Featuren. Boah. Das ist doch auch ein Schlagzeuger, ne? Ich glaube, der wird eher zu dir passen als Katy. Ja, ne? Aber ich glaube, Featuren und Katy. Da bin ich so gespannt, weil es auch ein bisschen was Neues ist. Das sagen wir auch wieder was anderes. Wird dann auch wieder zu passen zu deinem? Sehr nice. Da bin ich wirklich. Oder Roast. Ja, Roast, ja. Sorry, Anderson. Aber Katy freust du dich. Sorry, sorry, sorry. Ja, mit Katy wird schon was Geiles. Ich denke mal so, auch die macht ganz was anderes, ich was anderes. Da auf ein Nenner zu kommen, das ist da die Kunst. Und das ist geil. Auf das habe ich Bock auf jeden Fall. Also hätte ich Bock. Ja, sehr nice. So Leute, dann lasst uns auch wissen, wen ihr sein würdet, Featuren oder Roasten würdet. So, du bist ja vom Beruf her Tontechniker. Ja. Hat dir das dann auch geholfen beim Mixen des Mixtapes oder ist das dann komplett was anderes? Nee, das ist schon so, dass ich als Tontechniker unterwegs war und danach kam ja Corona. War ja selbstständig, dann kam Corona und dann musste ich was anderes machen. Aber ja, wie gesagt, ich habe eine Ausbildung als Veranstaltungstechniker. Da macht man eigentlich mehr live. Mhm. Auch so Tontechnik, so Sachen, aber mehr live, nicht im Studio. Und auf jeden Fall hat es geholfen. Ich habe mir auch sehr vieles selbst beigebracht. Mein Mixtap habe ich auch komplett alleine gemischt. Wollte es auch alleine mastern, aber dann dachte ich mir so, es wäre schon cool, wenn jemand anderes das macht, damit man einfach eine coole Farbe hat. So, nicht einfach alles alleine macht. Aber ja, auf jeden Fall, das hilft auf jeden Fall. Richtig. Nice. Sehr geil. Dann haben wir ein Präsent für dich. Okay. Oh. Es kommt sofort. Oh, geil. Es wird immer auch schlechter mit den Würfner. Aber willkommen in der OV-Fan. Nice. Bist du auch ein Gangmitglied? Guck mal, schön, extra für mich. Dankeschön. Ich werde auf jeden Fall damit ein Foto machen und auch posten. Dankeschön. Ja, nice. Schön, dass du da warst. Danke nochmal. Danke, danke. Und ich kann nur eins sagen. Mein Mixtape ist draußen. Gibt euch die 22 Minuten. Geiler Vibe. Versucht den Vibe zu catchen. Outnow auf Spotify, Apple Music, wo auch immer. Und ja, Mike M. Ist für jeden was dabei. Genau. Schön, dass du da warst. Geile Performance. Sonst vergesst nicht wie immer. Liken, abonnieren, Liebe da lassen. Don't forget to ring the bell. Bis bald.